Ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu DIRT SPACE 3. Drei. So. Drei. Wir mussten, ja doch mussten, die letzte Folge aus Zeitgründen doch ein bisschen kürzen. Auch wenn wir die Mission noch nicht abgeschlossen haben. Denn der gute Schicke Boyn, der ist leicht psychisch verwirrt. Der sieht Dinge, die ich nicht sehe. Genau. Und ihr seht aber, was ich sehe. Und dementsprechend ist das richtig. Also, er hat hier... Nee, das ist nicht richtig. Doch, doch, ist richtig. Das ist richtig. Äh, nee, nee, nee. Also... Ja, wir werden der Sache auf die Spur gehen. Und wir müssen wahrscheinlich da lang. Da lang, genau. Zum... Natürlich. Zum Aufschub. Und? Hier gibt es einen Aufzug. Oder ist die Mission doch schon zu Ende? Weiß ich nicht. Wieso? Naja, weil ich hier auch keine Halluzinationen mehr habe, ne? Also irgendwie... Aber hier waren wir noch nicht. Ja, das stimmt. Warte mal. Ich guck mal, was die Mission sagt. Die sagt, Komponenten sammeln. Ja, dann ist das zu Ende. Dann ist ja doch zu Ende. Juhu, wir haben es geschafft. Irgendwie ist das hier alles neu, ne? Ja. Dann haben wir es geschafft in der letzten Mission. Glückwunsch. Ich habe quasi Absolution erhalten. Für den Mord. Ach nee, für den fast Selbstmord an mir selber. Ja. Oh, guck mal. Oh, Anscaff-Mobil. Damit fahren wir jetzt, hä? Ja. Nee. Ah. Hier ist noch was. Da kommt noch einer. Oh, Felix, da oben. So, du steckst ein. Ich schiebe an, ja? Ja, ich bin drin. Okay. Ah, 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 ah. Geht nicht. Ah, geht nicht. Na ja, gut. Hier sind aber viele Bänke, ja? Und noch mal. Hier waren wir doch schon mal, oder? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, öffnen. Oh. Oh, doch noch nicht zu Ende. Hier sind Partyhüte. Ja, weil wir hier schon mal lang sind. Und Kinder lachen. Ja, hier sind wir ja schon mal lang. So, wo ist er? Und Fahrstuhl. Und geht's dir wieder gut? Ja, super. Ja, siehst du irgendwelche Dinge, die du nicht sehen solltest? Ich sehe nur... Ah! Oh, nein. Ah, der Fahrstuhl spielt verrückt. Oh. Was, seit fünf Minuten? Oh, guck mal, hier wird alles wieder ganz komisch. Einige Dinge greift man lieber nicht ab. Das ist ganz, ganz orange hier. Hä? Ja. Das wackelt alles. Ah! Was war das denn? Ach du. Ich stehe neben dir. Du machst mir Angst. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Das ist aber... Die Mission ist aber zu Ende. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Da muss er durch. Oh, schon wieder Fahrstuhl fahren. Du machst mir Angst. Und dir soll ich mein Leben anvertrauen? Ich hab dir deinen Arsch schon mehr als einmal gerettet. Das mag sein, aber... Du... Du Halle zu... Was denn? Oh. Bin Elite-Soldat. Ja, ja. Bist du eine Bifi bist, ja. Was? Jetzt eine Bifi. Naja, musste ich sein. Hallo? In den nächsten Fahrstuhl. Gerade so noch reingerollt, wa? Guck mal. Hier waren wir schon mal. Nee. Doch. Was sind das für Geräusche? Achso, cool. Weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt unsere eigentliche Mission weiter. Ja, jetzt machen wir die eigentliche Mission weiter. Okay. Mir geht's auch total super. Das ist schön. Fahrstuhl? Fahrstuhl. Mann. Haben wir die Chipkarte? Ja. Jetzt geht's zum Plateau. Wow. Was? Hast du das gesehen? Nee. Das war ein neues Vieh. Cool. Ich glaube, du hast jetzt Halluzinationen. Du hast das Vieh nicht gesehen? Guck mal, hier sind ja noch die Spuren. Hier, gucke. Nee, da ist nix. Da ist gar nichts. Doch. Meine Zuschauer können das sehen. Stimmt. Hier sind Blutspuren. Das wird uns gleich hier im Fahrstuhl... Aber können wir nicht da lang? Geht das da nicht? Hier geht's auch mit dem Fahrstuhl weiter. Da müssen wir eh lang. Aber hier geht's auch mit dem Fahrstuhl weiter. Ja, aber... Nee, ist verriegelt. Ja, siehst du. Was schreist du denn so? Guck mal, wir sind jetzt auf dem Plateau. Siehst du das? Nee, ich seh gar nichts. Wir waren gerade unten. Da war superklares Wetter. Oh, was ist das denn? Da. Lecker, lecker. Da war superklares Wetter. Und jetzt ist hier so ne Scheiße. Waren das die neun Viecher, die du meintest? Ja, ja. Hier müssen wir eigentlich lang. Lass uns erstmal da lang gehen. Lass uns einfach hier sitzen bleiben. Ja, das geht auch. Guck mal, hier geht's auch. Ach da. Was gibt's denn da? Weiß ich nicht. Hier ist ein... Hier macht irgendwas Geräusche. Ja, ja. Ich glaube, das ist hier überhaupt nicht richtig. Oder? Sieht aus wie irgendeine Gegend vom Anfang. Ich versuche hier Dinge zu finden. Ja, nicht nur du, aber hier ist nichts. So, ich komme wieder zurück. Ich bin orientierungslos. So, ich bin wieder zurück. Na super. Was ist hier los? Schon wieder weg. Warum verstecken die sich denn? Der ist dahinter. Oh, hallo. Arschloch. Arschloch. Der war fürs Erschrecken. Und der hier? Oh, was ist das denn schon wieder hier? So. Weiter geht's. Ich glaube, der ist tot. Jetzt ist er tot. Warte. Guck mal hier. Meine neuen Schuhe. Meine neuen Schuhe. Sexy. Ja. You're sexy, motherfucker. Arschloch. Funky. Groovy. Aber ich glaube, bei den Viechern werden wir unsere Munition verlieren. Ja, deswegen nehme ich hier schon das Ding hier mit. Hier diesen Spieß hier. Siehst du? Das war's. Wenn die ihre Geräusche machen, aus der Stase rauskommt. Oh, guck mal, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Aber ich dachte, das ist aber irgendwas. Da fliegt doch irgendwas. Ach nee, das ist Qualm. Da qualmt was. Ja, hat mit etwas. Alles klar hier? Jo. Okay. Jo. Hä? Okay. Guck mal. So hochmodern und dann hier noch Film analog. Was? Guck dir das mal an? Ja. Äh, das ist jetzt doch krank. So, ich habe keine Torque-Stange. Hast du noch eine zweite gebaut? Nee. Gut. Aber wir finden bestimmt hier was. Wo müssen wir überhaupt lang? Da. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantäne-Kampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Ah, voll krank. Das Militär hier. Ja, irgendwie schon, ne? Arena! Geht's schon los? Geht's schon los? Wenig. Du Mistvieh! Dieser Schrei, ne? Ja. Die verstecken sich jetzt hinter diesen... Ja, der haut auch... Der eine ist abgehauen. Komm her, komm her, komm! Ja, komm zu Papi! Ich glaube, das war's. War aber ne La... Lama-Arena. Na ja, aber... Langweiliges Minispiel. Wow! Da müssen wir auch noch lang. Oh, da ist noch mal ein Kissen. So, ich habe alles eingesammelt, denke ich mal. Ich gehe mal zum langweiligen Minispiel rüber. Ja. Guck mal, aber da drüben geht die Sonne auf gerade. Wo? Na da, hinter der... der großen Mauer von Mordor hier. Ach da, ja. Tatsächlich. Endlich wieder ein Minispiel. Endlich. So. Und synchronisiert. Es geht los. Nein. Mit Schrägen diesmal ist gemein. Hä? Ups. Falsche Taste gedrückt. Oh. Na? Haben wir's? System freigeschaltet. Yes. Wir sind voll die Hacker. Ja, voll die Hackser, ja. Oh, ich bin ganz verschneit. Jetzt tauts wieder weg. Ich bin verschnupp. Ja, das außerdem. Oh, oh. Hey, Leute. Woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit dem Genderteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht will ich mich, aber ich seh mich mal um. Hier ist ganz viel Zeug, ne? Ja. Ja, auch. Und ne Upgrade-Plattie. Was schmeiß ich denn mal weg? Das hier. Ich komme erst mal mit auf deine Seite. Wir müssen in die andere Richtung. Wo ist denn hier das Zeug? So. Tja. Hier war mal was. Wo denn? Ach, hier, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen hier runter. Jetzt müsste man hier so Gaudi halber runterrutschen können. So Metal of Honor mäßig. Die Musik. Ich hab keine. Die Musik ist nicht gut. Ich hab einen Teil gefunden. Ich hab einen Teil gefunden. Ja, genau. Du warst das, ne? Ja, ich war das. Ja, ja. Ich, genau ich. So. Da, jetzt hast du eins gefunden. Wieso kann ich denn schon wieder keine Munition aufnehmen? Hier geht's nicht weiter. Ja, wo geht's denn dann weiter? Na. Ich will die Muni. So. Wo hätten wir denn noch einen Teil? Hier unten jedenfalls nicht mehr. Ne. Wahrscheinlich wird jetzt die Hölle auf uns hereinbrechen, wenn wir hochgehen. Ja, 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 ja. Sowieso. Bei uns schlimmen Fingern sowieso. Ne, doch nicht. Ach, geht's hier doch weiter? Ne. Ne. Warte mal. Ach, da unten ist eine Kiste. Ich zieh sie grad hoch. Ne, ist ein Fahrstuhl. Ah, Mist. Du musst runtergehen. Ja, ich geh doch. Geh doch mal runter. Ja, ich geh schon. Gehst du runter? Ja, wa? Von diesen ganzen Monstern, die hier sind, hat keiner was erzählt. Hab's. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ne. Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Ja. Na denn. Kommen Sie mal hoch, Herr Schickiboynkir. Ich komme. Ich bin klar. Na denn, zurück den ganzen Weg. Durch die Arena. Und, äh. Es wird bestimmt keine Widrigkeiten jetzt geben. Natürlich nicht. Nein. Ist alles safe. Ja, deswegen ja. Arena. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hallo, Schnuckibär. Einfach draufballern. Oh, oh, oh. Oh, oh. schießen soll ich gerade auch nicht hatte warte warte jetzt da kommt was du bist doch ganz schwach lass es sein äh was will die von mir ouch oh nein, geh weg hast du? ja ja, komm, komm jetzt habe ich hier gerade auch unendlich starrs oder so ja, ja geh kaputt oh, jetzt haut es alle ab loser super ja oh oh mini-game ja oder doch nicht ist das eine Nebenmission? juhu juhu diese, liebe Leute diese Nebenmission die machen wir in der nächsten Folge in diesem Sinne auf sie mit Gebrüll nee wir machen jetzt mal eine Pause wir brauchen was zum Trinken ja, du was genau bis dann, dann tschüss uns s apa s gin чи mit als die now die sch